Tobi Bringst du das an Tisch 3? Ich mache hier Tisch 7. Oder hier, pass auf. Tobi ist mit seinem Leben, seinem Job und seiner Familie glücklich, bis er eines Tages Gefühle für seinen Arbeitskollegen entwickelt. Homogen erzählt glaubhaft die Geschichte eines Heterosexuellen, der sich auf die verspätete Suche nach seiner wahren Sexualität macht. Klingt wie in der Soap. Das ist doch totaler Quatsch. Wenn man in dem Art er hetero ist, dann bleibt man auch hetero. Naja, und die hat mich auch erst bekehrt, oder? Und außerdem, man verliebt sich ja in den Menschen, egal ob männlich oder weiblich. Hübsche Theorie. Aber die Praxis sieht doch weniger idealistisch aus. Also mich muss erst das Äußere ansprechen. Das männliche Äußere. Sabel? Ja genau, das ist richtig. Du wolltest unbedingt ins Kino. Also den schaue ich mir jedenfalls nicht an. Das ist echt komisch. Kino können wir vergessen. Wir haben heute Abend schon andere Pläne. Was denn? Hat mal euer Club aufgemacht? Das war das Jugendamt. Wenn wir wollen, können wir heute noch ein Kind übernehmen. Wir müssen nur Ja sagen. Das ist doch keine Frage, oder? Sie ist jetzt ein Jahr alt. Ihre Eltern sind aus Kamerun und Elika hat nach Deutschland gekommen. Und was ist dann passiert? Das weiß ich nicht. Nur, dass ihr Vater im Gefängnis ist. Was ist mit Ihrer Mutter? Die ist offensichtlich gestorben. So jung und so viel durchgemacht. Und weißt du, wie sie heißt? Lilly. Und wenn ihr mich fragt, hat Lilly die besten Eltern verdient. Man kann nur hoffen, dass sie noch nicht so viel davon mitbekommen hat. Sie braucht echt viel Liebe und Geborgenheit. Heißt das Ja? Wir werden Papa. Du kaufst das Kinderbett, ja? Ich kümmere mich um den Rest. Wenn die vom Jugendamt kommen, da muss alles pico bello sein. Ich finde trotzdem, ihr hättet euch das noch mal in Ruhe überlegen müssen. Noch mal eine Nacht drüber schlafen, oder? Ja, natürlich hätten wir das. Ein Kind heute Abend schon. Und was ist, wenn wir uns an sie gewöhnen? Wenn wir Lilly wie unser eigenes Kind betrachten. Und dann, dann kommt das Jugendamt und und sagt, dass ihr Vater wieder frei ist, und sie mir nach Kamerun nimmt. Ja, ich hatte eigentlich vom Bett gesprochen. So, und hier bitte äußerste Vorsicht, ja? Dieser Bordeaux verträgt keinerlei Erschütterung. Ach nein, Lilly, jetzt kommst ausgerechnet du daher. Oh, das war jetzt aber kein... Chateau Petrus, hm? Und bringen Sie ihn rein. Ich schaue dann, ob er noch in den Ausschank kann. Ich hoffe, du hast eine gute Erklärung dafür, dass du meinen besten Wein in Essig verwandelst. Christian und ich bekommen ein Baby. Warum ich ihm nichts gesagt habe, hast du Ellis Gesicht gesehen? Wenn er so glücklich ist, dann... Dann setzt bei mir alles aus. Erst hatten wir kaum eine Chance auf eine Adoption. Dann diese Sache mit Sabine und Claudia, die ein Kind als ein Vertragsgegenstand sehen. Es war alles so kompliziert. Und jetzt... ist alles so einfach. Scheinbar. Mann, Rebecca, auch wenn wir Lilly zur Vollpflege haben, das Jugendamt kann uns Lilly jeden Tag wegnehmen. Olli kapiert es einfach nicht. Reine Baumwolle, die Kandellie knuddeln und im Mund nehmen und liebhaben und Windeln für die Nacht besonders dicht. Windeln für den Tag besonders elastisch zum Krabbeln. Guck mal hier bitte. Dieser Strampler. Ist der nicht der Hammer? Ach Olli, du liebst die Kleine ja schon jetzt. Charlie, wir werden Eltern. Schon heute kannst du dir das vorstellen? Ach Papa Olli, darf ich mitkommen? Wie machst du das mit deinem Essig? Ach, der ist doch nicht wichtig. Nein, Anne. Wow. Wenn ich was zusammenbaue, sind immer mindestens zwei Schrauben übrig. Was jetzt, wenn wir in deinem Leben schon mal irgendwas selber zusammenbauen müssen? Es tut mir leid. Hey, wenn du dich bei der ganzen Geschichte nicht wohlfühlst, dann musst du mit Olli reden. Das kann ich aber nicht. Wenn die Kleine erst mal da ist, dann ist es zu spät. Er freut sich aber so über das Kind. Außerdem, vielleicht ist es ja halb so schlimm. Olli weiß doch selber, dass wir das Kind vielleicht wieder hergeben müssen. Und wenn er sagt, wir packen das, dann packen wir das auch. Du meinst? Hallo, ich habe gehört, dass ihr heute noch ein Kind einzieht. Und ich soll darauf achten, dass die jungen Väter nicht von Anfang an alles vermasseln. Ey, das ist jetzt schon so groß für das Ding. Ihr habt das ja schon aufgebaut. Gut. Dieses Ding hat auch einen Namen, Gabriele. Und Gabriele ist mein Begrüßungsgeschenk für Lilly. Charlie wollte unbedingt dabei sein, wenn Lilly kommt. Ich hoffe, du hast nichts dagegen. Heilst du mal. Guck mal, wir haben nämlich ganz viel besorgt. Windeln, extra in zwei Größen. Wir wissen ja noch nicht, wie groß Lilly ist. Können wir im Notfall dann auch später noch benutzen. Und der hier ist wahrscheinlich noch viel zu groß, aber ich konnte einfach nicht widerstehen. Außerdem wachsen Babys ja total schnell. Olli haben hier Malstifte, Knete. Keine Rentenversicherung für Lilly abgeschlossen. Sagt die Frau, die ein Kuscheltier für Sex ist jedes Jahr gekauft. Ich habe echt gedacht, du würdest das ein bisschen realistisch sehen, aber das ist doch total bescheuert. Wir werden das Ganze abblasen, bevor es zu spät ist. Guck mal, Lilly haben sich schon wieder getrennt. Du stellst mich als kompletten Idioten hin. Das tue ich nicht. Nur weil ich mich auf Lilly freue. Das ist doch das Problem. Ist es also ein Problem, dass ich mich auf das Kind freue, das heute bei uns einzieht? Nein, das Problem ist, dass du jetzt schon Vatergefühle hast. Du meinst also, wir sollen uns um Lilly kümmern, ihr zu füttern geben, mit ihr spielen, aber bloß keine Gefühle für sie entwickeln? Christian, ein Kind ist keine Pflanze, die man ab und zu nur mal gießen muss. Ich glaube, was Christian damit sagen will, ist, ihr habt Angst vor dem Moment, wenn euch Lilly wieder weggenommen wird, weil ihr sie bereits in euer Herz geschlossen habt. Ja, und ich glaube, was Olli sagen will, ist, dass ihr dieses Risiko eingehen müsst, um Lilly wenigstens bis zu dem Zeitpunkt die Liebe und Zuneigung zu geben, die sie verdient hat. Vielleicht kann Lilly nicht für immer bei uns bleiben, aber bis dahin können wir für sie da sein und jeden Tag mit ihr genießen. Olli, wenn wir uns auf das Ganze einlassen und Lilly wird uns wieder weggenommen, ich weiß nicht, ob wir das packen. Oh, guten Tag, Herr... Bülke. Herr Bülke, kommen Sie doch bitte rein. Hallo, Herr Mann, Herr Sabel. Das hier ist die kleine Lilly.